In diesem Haus kommen jeden Tag so viele unterschiedliche Kinder zusammen. Aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Muttersprachen, mit verschiedenen Backgrounds, beruflich von den Eltern, ganz unterschiedliche Kinder. Und die finden den Weg zueinander da bei uns. Und wir dürfen das begleiten und zuschauen, wie sie heimisch werden im Eltern-Kind-Zentrum, wie sie Kontakt aufnehmen. Ich finde es eine sehr schöne Arbeit. Mit dem Programm MegamariPlus wollen wir Familienzentren stärken, vernetzen und sichtbar machen. Familienzentren können für junge Kinder inspirierende Lernorte sein. Dafür braucht es gute Angebote. Ganz besonders wichtig ist, uns alle Familien zu erreichen, auch die, die in schwierigen und isolierten Situationen leben. Wir haben unterdessen rund 150 Begegnungsorte, die wir regelmässig anschreiben. Wir stellen fest, dass die sehr unterschiedlich unterwegs sind von der Entwicklung her. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass MegamariPlus-Programm, das es uns ermöglicht, dass wir kostenlose, qualitativ höhe und wirkungsorientierte Angebote machen können. Auch für Begegnungsorte, die selber keine finanziellen Möglichkeiten haben. So ein grosses Programm können wir nicht allein stemmen. Es braucht PartnerInnen, die die Vision teilen. Und so eine Partnerin ist die Stiftung der Human Safety Net Switzerland. Zusammen mit ihr können wir so ein innovatives Projekt umsetzen. Die Human Safety Net Switzerland setzt sich besonders für verletzliche Kinder von 0 bis 6 und ihre Eltern ein. Die ersten sechs Lebensjahre sind entscheidend für die Entwicklung eines Kindes. Aber vor allem Kinder aus fragilen Familiensituationen können grundlegende Erfahrungen nicht machen. Darum setzen wir uns dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz Zugang zu einer hochwertigen, frühkindlichen Bildung und Erziehung bekommen. Zusammen mit den Familienzentren machen wir uns auf den Weg zum Wohl der Familie und den Kindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017